Korean Skincare Sunsu bei Isana Cleanser Step 1 Reinigungscreme Korean Deep Clarify mit Aloe Vera und Teebaumöl Ich reinige sanft und porentief Das koreanische Wort Sunsu heißt Sunsu und bedeutet Reinheit Dieser Gedanke ist das Herzstück der Marke Sunsu mit der koreanischen Hautpflegeroutine zu einem feineren Hautbild Less Makeup, More Skincare Die Anwendung Step 1 Täglich morgens und abends Bitte die Hände und das Gesicht anfeuchten, eine haselnussgroße Portion in den Händen gleichmäßig verteilen und durch kreisförmiges Massieren sanft im Gesicht aufschäumen und kurz einwirken lassen Die Augenpartie dabei bitte aussparen Danach mit Wasser abspülen Was kann ich? Ich reinige sanft und potentiv Die Entfernung von Hautunreinheiten bereitet die Haut optimal auf den nächsten Pflegeschritt vor Teebaumöl fördert die Klärung Aloe beruhigt und spendet Feuchtigkeit Bis zum nächsten Mal